hallo und willkommen zurück zu einem weiteren contraption friday mein name ist lord yoda und wir haben das letzte medium level vor uns ab dann geht es jetzt richtig los mit den hard leveln aber ja ich würde sagen machen wir das jetzt noch schnell und dann bin ich mal gespannt nein danke ich will euch nicht folgen auf twitter die eier sollen von der gelben säule das ei hier und zwar soll es nicht zerbrochen sein ok wir schauen mal kurz was passiert ein zeppelin fliegt ladies and gentlemen der is a flying sapling ok also es soll hier stehen bleiben und darf nicht zerkratzt sein ok ja jetzt könnten jetzt einfach mal sagen das soll hier durchgeschnitten werden das klingt schon mal nicht komplett verkehrt dann sollten wir hier irgendwie das ei auffangen so in der art oder vielleicht besser hier auffangen und ja jetzt ist so die frage erstens wie kriegen wir das dahin da könnten wir jetzt irgendwie entweder sowas nehmen um das umzukippen oder so keine ahnung probieren wir mal passiert mal nicht viel ok da passiert gar nicht viel oder so mit einer wippe ok wir wollen ziehen das heißt das geht nach mir rum wir müssen ziehen das heißt es muss so runter das wird so runter gehen in dem moment wo das drauf fällt ok ja ein ei ist gerollt aber das war's weil es wurde aufgehalten es wurde noch mehr aufgehalten das macht es nicht besser irgendwie also dieses ei will nicht wirklich weit rollen sehe ich das richtig hm ok ich meine vielleicht mache ich das auch komplett falsch ja also wer weiß was passiert jetzt auch nicht wirklich hm 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 so die frage ist einfach auch so nicht also das kann man festhalten so nicht ja wir haben es in den eimer gebracht verdammt ok also das fliegt ein bisschen zu weit weil wahrscheinlich das hier zu fest ist dann prüfen wir uns jetzt mal so das war nix dass das vielleicht nur so ein bisschen geht hallo klappst du um nee wahrscheinlich weil sich das erst hinlegen muss ok dann machen wir das so und so das ist ja viel zu fest du sollst nur du sollst nur sachte berühren mehr oder weniger ein touch ja das war kein touch das war eher ein gar nicht so und was passiert hier ich meine das zeppelin hat ja jetzt wirklich keinen großen weg gar nichts passiert da kann man es irgendwie machen das ist erst auf dem rückweg oder ein bisschen weiter vorne ja nee noch ein bisschen weiter das ei rollt und danach nicht wirklich mehr wenn wir es jetzt nochmal schräg hinlegen soviel zum thema wir machen das schnell und danach die anderen ok was passiert denn jetzt wenn wir das genau umdrehen und wir hier eine wippe nehmen hierfür also um das sozusagen nach oben zu wippen keine ahnung ne sowas also das soll da hin und das lassen wir einfach mal runter fallen äh das muss natürlich da hin nicht sonderlich viel mit anderen worten gar nichts äh ne außer ich krieg's nur ein stück näher ran aber das sieht nicht danach aus also dieses ei ist schon ziemlich heikel ok gut das wird also nix jetzt mal auf ganz blöd was passiert wenn wir das so machen und dann die wippe doch hier wieder hin und das wieder doch so hin und das wieder doch äh äh wo dran da dran da dran hm da natürlich ja wir machen es direkt platt das ist natürlich auch nicht beabsichtigt hm also wir müssten es ja im Prinzip nur anstupsen also mehr oder weniger stupsen oh das war von der Geschwindigkeit jetzt mal sehr gut dann werden wir jetzt das hier hin bauen und dann schauen wir mal ob wir es tatsächlich geschafft haben nein es ist hier zerbrochen oh mein gott nein don't break the egg hm sowas in der art dass es hier oben drauf rollt oh 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 nein nein etwas zu wenig schwung der ein bisschen rüber und und nein verdammt wieso geht das jetzt hier kaputt beim runter rollen das ist doch doof das ging ja nicht und obendrauf könnte man es auch nicht setzen ja dann hat es überhaupt keinen schwung mehr also die frage ist ob wir es ne also das geht deutlich viel zu schnell kaputt ja gut jetzt hätten wir es da aber kriegen wir es vielleicht irgendwie so hin dass es zurück rutscht dann da drauf und dann irgendwie doch wieder nach in das untere ja ja super wenn das nicht sofort zerbrechen würde vielleicht wahrscheinlich gibt es irgendeinen komplett anderen trick und ich komme einfach nicht drauf ja also das bringt irgendwie gar nichts hier ja jetzt haben wir nicht genügend schwung ist doch doof das hatten wir ja eigentlich im prinzip auch schon ok was haben wir zur verfügung wir haben eigentlich nur das hier zur verfügung die wippe aber dann müssten wir das starten ohne die wippe also im prinzip weiß ich nicht sowas in der art keine ahnung aber dann wird das hier halt niemals drauf fallen ja da wird gar nichts passieren außer wir kriegen es hin dass doch das hier das auslösen soll wobei das nicht wirklich danach aussieht als ob das jemals irgendwie funktionieren könnte das heißt wir müssen es doch hier räumen nochmal auf so nicht dass ich irgendwas über sehe schere muss hier hoch eigentlich außer außer wir müssen das hier gar nicht durchschneiden sowas würde angenommen wir machen das so nee so und hier irgendwie die wippe so dazwischen vielleicht irgendwie sowas in der art und das bauen wir tatsächlich hier hin und jetzt verbinden wir das hier so irgendwie verplant jetzt mal rein konzeptionell würde das gehen äh nee weil er der ansicht ist dass er trotzdem kaputt geht also der ist das ei so okay jetzt müssten wir das nur hier irgendwie aufhalten ja und wie wir haben ja noch die schere bleibt das bei der schere hängen falls ja ist das ungefähr mal die verplanteste lösung aber sie funktioniert oh mein gott es hat funktioniert ganz ehrlich jetzt will ich sehen wie offizielle lösung ist also was machen die die okay die schneiden das hier durch lassen es zurückrollen ja gut das ist natürlich auch eine idee aber das möchte ich jetzt sehen ob das funktioniert äh der replay also im prinzip sagen die hier durchschneiden lassen dann da drüber rollen aber irgendwie hatte ich das ganze die ganze zeit das gefühl dass der eimer dann runter fällt deswegen bin ich nicht mit auf den eimer gekommen jetzt fällt er nicht runter Moment warum fällt der nicht runter wenn das möchte ich jetzt nur wissen da fällt er runter okay wahrscheinlich weil er am anfang noch wackelt und sich dann nach einiger zeit auspendelt wahrscheinlich okay gut aber wir haben es geschafft das ist das wichtigste und haben somit ja alle medium level fertig und werden uns jetzt dann mit den äh hard level beschäftigen und ja würde sagen schauen wir nochmal rein ein schöner Tag draußen aber Tims Hof ist ja wieder mal ein äh ein Saustall äh alle Vakuumreiniger da also alle Saugstauber Staubsauger so heißen sie anmachen um aufzuräumen so also was haben wir hier wir haben hier einen Ballon der auf jeden Fall mal irgendwie nach oben muss dafür brauchen wir eine Schere so was haben wir denn wir haben hier irgendwas was runter fällt und dann hier keinen Ball der läuft weil wir hier kein Propeller ne also der Ball könnte irgendwie nach da drüben um das irgendwie zu machen das waren glaube ich genügend irgendwie das heißt wir werden jetzt erstmal das hier verbinden das müssen wir nämlich logischerweise irgendwie verbinden okay das bist du du bist sowas was ich bewegen kann das heißt theoretisch könnte ich sagen du gehst bis da drüben und dann könnten wir das noch so irgendwie machen irgendwas in der Art okay dann hätten wir noch das hier und könnten das verbinden hiermit richtig richtig und du kannst ein Windrad anpusten das ist nur ungefähr ziemlich sinnlos das heißt wir machen das drunter und das ist auch ziemlich sinnlos weil das nicht erwischt wir nähern uns langsam irgendwie sowas irgendwie sowas okay das war schon mal vom Prinzip richtig die Richtung nicht so sehr so das Problem ist das kriegt überhaupt kein Speed drauf wie sollte das Speed bekommen Tja braucht es eigentlich Speed also im Prinzip muss es ja irgendwie das hier treffen aber das könnte es ja auch da unten machen und dann könnte das Dingens hier irgendwie so wobei um ganz ehrlich zu sein niemals 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 wenn wir das durchschneiden wird das einfach nur nach unten fallen aber die Schere ist schon fest also mit der können wir gar nichts machen und wenn das so sein sollte jetzt mal rein prinzipiell her ja das war ein bisschen weit aber es würde theoretisch rüber gehen so dann wird das eingesaugt und jetzt müssen wir noch den Luftballon durchschneiden dann fällt das runter okay das heißt wir müssen jetzt das irgendwie darüber kriegen wobei ha jetzt und zwar wir lassen das runterfallen vollkommen richtig aber lassen das hier sobald es runterfällt das hier bewegen das geht da dran und das dreht den Ball nach drüben so und das hat jetzt so super funktioniert dass ich das daneben gesetzt habe so irgendwie besser ja du triffst du gehst und der ist noch in der falschen Richtung aber jetzt der Ball kann dann nämlich das selber anmachen dann brauchen wir den gar nicht dafür und wunderbar wir haben aufgeräumt und haben dann mit dieses schwere Puzzle schneller geschafft als das Medium Puzzle ja super ja auf jeden Fall das war's für diese Woche ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja bis zum nächsten Mal tschüss